Es gibt viele verschiedene Schulterklappen bei der Polizei Sachsen. Aber wisst ihr eigentlich, wofür die unterschiedlichen Farben und die Anzahl der Sterne stehen? Kann ich mir denn eigentlich einfach eine Schulterklappe aussuchen? Nein, die Schulterklappen unterscheiden sich bei uns in drei verschiedene Laufbahngruppen. Blaue Sterne auf der Schulterklappe kennzeichnet die Laufbahngruppe 1.2, euch vielleicht bekannt als mittlerer Dienst. Silberne Sterne, die Laufbahngruppe 2.1, auch bezeichnet als gehobener Dienst. Und Goldene Sterne, die Laufbahngruppe 2.2, den höheren Dienst. Achtet ihr eigentlich bei Polizisten oder Polizistinnen auf den Dienstgrad?